Ihr Hauseingang ist die Schwelle zwischen außen und innen, zwischen öffentlich und privat. Genau hier eröffnet die Türkommunikation Bush Welcome für beide Seiten völlig neue Perspektiven. Das zeitlose und klare Design gliedert sich optisch und funktional in die Architektur des Gebäudes ein. Besucher fühlen sich bestens empfangen und willkommen. Wer klingelt, wird akustisch empfangen und kann sich direkt mit den Bewohnern unterhalten. Die integrierte Freisprechanlage ermöglicht eine hervorragende Verständigung. So angenehm ist die Begrüßung der Bush Welcome Außenstation Audio. Auf Wunsch entgeht Ihnen nichts mehr. Die Bush Welcome Außenstation Video mit integrierter Farbkamera erfasst ein extra weites Sichtfeld und ist individuell auf Ihre Umgebung einstellbar. So haben Sie immer perfekten Sichtkontakt. Beide Ausführungen, Audio und Video, verbinden die optimale Verständlichkeit mit höchsten Designansprüchen. Hinter der Tür beginnt Ihre Privatsphäre, Ihr persönlicher Lebensraum. Vielleicht haben Sie sich schon für die moderne Haussteuerung oder Schaltersysteme von Bush Jäger entschieden. Dann wird Ihre individuelle Innengestaltung über die neue Türkommunikation jetzt nahtlos fortgeführt. Denn Bush Welcome ist perfekt abgestimmt auf alle etablierten Schalterserien von Bush Jäger und bietet Ihnen neue Möglichkeiten, Ihren Anspruch an Komfort, Sicherheit und Effizienz in den eigenen vier Wänden zu genießen. Freuen Sie sich auf die vollkommene Integration in jede Lebens- und Gebäudesituation. Es klingelt. Sie verschaffen sich einen Überblick. Das Welcome Panel zeigt Ihnen schon drinnen, wer draußen ist. Durch sein großes 7 Zoll Touch-Display werden Details in einer Dimension sichtbar, die Ihnen bisher verborgen geblieben sind. Mit sechs Schnellfunktionstasten und der intuitiven Touch-Bedienung ist das Bush Welcome Panel ausgesprochen übersichtlich und selbsterklärend. Über die Bush Welcome Innenstation Audio ist gut reden. Denn in Kombination mit der Audio-Außenstelle ist sie der direkte Einstieg in die komfortable Türkommunikation von Bush Jäger. Die integrierte Voll-Duplex-Funktion ermöglicht dabei gleichzeitiges Hören und Sprechen bei optimalem Klang. Über die drei großen Funktionstasten lassen sich weitere Annehmlichkeiten wie Türöffner, Stummschaltung und Flurlicht aktivieren. Sie wollen die perfekte Einbindung in Ihre Stilwelt? Die Bush Welcome Innenstation Audio mit integriertem Display ist im Design bekannter Schalterprogramme von Bush Jäger erhältlich. Für eine einheitliche und harmonische Optik in jedem Raum. Die schnelle und einfache Bedienung erfolgt hier über die intuitiv zu bedienende Zentralscheibe des übersichtlichen 1,5 Zoll Displays, das Ihnen die wichtigsten Funktionen anzeigt. Bush Welcome ist die ideale Ergänzung zu den etablierten Schalterserien und der Gebäudetechnik von Bush Jäger. Im Zusammenspiel mit beispielsweise dem Komfort-Panel verfügen Sie über ein ganzheitliches und intelligentes System, das alle Ansprüche auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Komfort, Effizienz, Sicherheit und Design. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Kette der Kette der Kette des ZDF für funk, 2017 www.se pasar trein.info.de www.sebye-intro www.seusi-intro